Ich freue mich sehr über die Einladung diesen Abend. Ich habe jetzt auch den Part bei dieser Ringvorlesung eine gewisse Rolle zu spielen, die Rolle des Non-Interventionisten, die mir nicht unsympathisch ist. Den Non-Interventionismus habe ich tatsächlich in der Kaulbachstraße gelernt bei Pater Weismar und bei Pater Schmidt. Da gibt es Sympathien für eine bestimmte Spielart des idealistischen Non-Interventionismus. Handeln Gottes, großes Fragezeichen, Wirkung Gottes, Präsenz Gottes, Ja. Und da gibt es große begriffliche Unterschiede zu machen, die ich herauszuarbeiten versuche. Soweit die Handouts reichen, werden Sie sehen, ich habe fünf Punkte. Der erste ist eine begriffliche Anfahrt. Ich möchte überhaupt den Handlungsbegriff erst einmal klären. Vielleicht in handlungstheoretisch nicht ganz befriedigender Weise, aber zumindest auf eine Weise, die uns helfen könnte, einen Ausgangspunkt zu haben. Dann geht es weiter im Stile der Einwände gegen den Interventionismus. Ich vertrete hier diametral das Gegengesetzte von dem, was Klaus von Storch dann später hier machen wird. Es wird hermeneutische Anfragen geben, metaphysische, theologische Anfragen im weiteren Sinne. Und am Ende versuche ich für einen Begriff des Wirkensgottes zu werben, den man allerdings nicht haben kann, wenn man nicht auch ein wenig Idealismus in die ganze Debattenlage einwirkt. Ich vertrete noch dazu, sage ich offen, ich vermute eine theologische Minderheitenposition in der Zwischenzeit, weil sich viele meiner systematisch-theologischen Kollegen zum Interventionismus in der einen oder anderen Form bekennen. Das ist in der USA-Theologie sogar noch stärker, da gibt es evangelikale Einflüsse auf die analytische Philosophie, die noch mehr Interventionismus fordert. Denn Gott hat den Job, Bittgebet zu erhören. Das ist vielleicht auch eine kleine Anekdote. Es gibt religionssoziologische Umfragen in den USA. Eine der Unterfragen war, wie oft glauben Sie, antwortet Gott auf Identität? Katholiken sagen zweimal im Jahr, Evangelikale sagen zweimal in der Woche. Da gibt es Unterschiede, wie Sie merken, die auch mit theologischen Stilen und Voraussetzungen zu tun haben. In gewisser Weise versuche ich eine katholische Position und eine italistische Position einzunehmen. Mein erster Punkt ist der Weg zu einem Trilemma. Da möchte ich die Interventionisten hier im Raum auch bitten, zu achten, ob sie einen eigenen Ausweg aus dem Trilemma wüssten. Mein Ausweg wird sein, den Interventionisten zu streichen. Zunächst einmal brauchen wir einen Begriff von Handeln. Der ist sehr abstrakt und, so wie er dasteht, relativ trivial. Eine Person A handelt um eine Definition, indem sie ein Ereignis E1 auslöst oder das Eintreten eines Ereignisses E1 verhindert, sodass eine weitere Ereigniskette, E1, E2, E3 oder eben Alternative E1-Stern, E2-Stern, E3-Stern in Gang gesetzt wird. Der Witz bei dieser Definition ist aber, dass man eine Ontologie des Handelns nicht haben kann, wenn man nicht auch Ereignisse in seinem ontologischen Inventar drin hat. Bedeutet, dass es neben kathesianischen Egos, falls es die geben sollte, auch Ereignisse geben muss, deren Spezifikum es ist, zeitlich strukturiert zu sein. Die Zeit ist ein intrinsisches Moment an der Bestimmung von Ereignissen. Ereignisse beginnen, sie enden, sie haben eine zeitliche Ausdehnung. Man kann fragen, ob sie räumlich sind, da kann man drüber streiten. Denken Sie mal an ein Konzert. Ein Konzert ist ein Ereignis, das unterbrochen werden kann, das wiederholt werden kann. Vielleicht sind Ereignisse nicht erzgebunden, in jedem Fall aber sind sie zeitgebunden. Das bringt ein paar Probleme mit sich, wenn man über das Handeln Gottes nachdenkt. Rückfragen, schon an dieser Stelle, das habe ich schon erwähnt. Wie ist es jetzt mit personalen Handlungen? Ich habe mich überhaupt nicht entschieden und werde das in diesem Rahmen auch nicht tun, was personenontologisch sind. Es gibt inzwischen wieder die stärkere Auffassung, Uwe Meixner in Augsburg vertritt sie etwa, dass Personen immaterielle, unausgedehnte Substanzen seien. Das ist ein neokartesianischer Dualismus. Aber selbst er würde sagen, Personen können in unserem Universum nur deshalb handeln, weil sie einen Körper haben. Das lässt es zu, dass sie eine Ereigniskette auslösen können. Wenn es eigenständige mentale Ereignisse geben sollte, wie manche Dualisten sagen, dann können die in der physischen Welt nur wirksam sein, wenn sie in irgendeiner gesetzesartigen Weise mit physischen Ereignissen verbunden sind. Das ist vermutlich das Diktat eines auf den Menschen zugeschneiderten, aber für unser physisches Universum geltenden Handlungsbegriffes. Dann komme ich zu einer nächsten definitorischen Vorbestimmung, Stichwort Basishandlungen. Edmund Rungaldi hat das in seinem Handlungsbuch sehr schön gezeigt. Man kann Handlungen horizontal und vertikal zerlegen. Der Ziehharmonika-Effekt gilt auch für Handlungen. Sie können Handlungen komplex beschreiben oder einfach beschreiben. Das wäre die horizontale Zerlegung. Oder Sie können Handlungen zurückführen auf Basishandlungen durch die sogenannte Bi-Relation, Bi-Relation, die dadurch das relaktioniert. Ich gehe zur Wahl, indem ich oder dadurch, dass ich eine Wahlkantine betrete und ein Kreuzchen auf einem Stück Papier mache. Die Basishandlung ist das Ankreuzen mit einem Stift auf einem Stück Papier. Die Handlung, die ich wirklich ausführe, ist das Wählen gehen. Aber das Wählen gehen könnte nicht passieren, wenn es nicht diese Bi-Relation gäbe. An irgendeiner Stelle muss also der Reifengummi in die Straße berühren, der Stichwort sagt, und das passiert durch die sogenannten Bi-Relations, die auf Basishandlungen verweisen. Eine nächste Vorentscheidung definitorischer Art ist der Begriff der direkten Intervention. Darum geht es jetzt, wenn wir über das Handeln Gottes reden. Intervention verstehe ich im Moment so, dass darunter eine Handlung verstanden wird, die in einem Ereignis bzw. als Ereignis instanziert ist. Klammer auf, wo es dann auch diese Bi-Relation gibt, die auf eine Basishandlung verweist, sodass ein bestimmter Ereignisverlauf nachdrücklich beeinflusst wird, und zwar indem eine Gegend über der schon wirksamen, eine alternative Ereigniskette realisiert wird, weil drittens direkt auf das relevante Glied der Kette Einfluss genommen wird und viertens, indem das relevante Glied der Kette durch ein Alternativereignis direkt und unmittelbar ersetzt wird. Das klingt komplex, vielleicht komplizierter, als es sein müsste, aber beim Nachdenken über das, was direkte Intervention wirklich meint, hatte ich gewisse Probleme. Das Bild, das mir vorsteht, ist dagegen relativ einfach. Sie sehen eine Billardkugel über einen Tisch rollen, Sie wissen, sie fällt runter und schlägt auf den wertvollen Holzfußboden auf. Direkte Intervention heißt, Sie greifen ein, Sie schnappen sich die Kugel. Hätten Sie nicht zugegriffen, wäre die Kugel unaufhaltsam ans Ende des Tisches gerollt und runtergefallen. Das ist das simple Bild dahinter, das aber bedriftlich auszubuchstabieren, wird komplexer. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit vom Interventionismus rede, auch bei der Frage des göttlichen Wirkens, meine ich genau das. Gott greift ein, das heißt, er verändert einen Ereignisablauf, indem er ein Ereignis gewissermaßen durch ein anderes ersetzt. Er hält die rollende Billardkugel auf. Er sorgt dafür, dass diese Billardkugel nicht auf den Boden wird. Meine Frage wird sein, kann Gott das? Ist seine Allmacht so geartet, dass er das wirklich kann? Und wenn er das können sollte, welche Konsequenzen macht das? Meine These wird sein, entlang des Weges, dass die Konsequenzen außerordentlich unangenehm sind, denn das Theodizie-Problem meldet sich fast an jeder Ecke. Ist Gott irritierbar? Heißt jetzt, übersetzt in diese Koordinaten des Handlungsbegriffes, sind seine Handlungen zeitlich ausgedehnt, zwar fallen seine Handlungen in Teilhandlungen, werden seine Handlungen durch eine Beirelation instanziiert, das heißt, braucht Gott auch physikalische Ereignisse, die Basishandlungen repräsentieren und kann Gott überhaupt zwischen Handlungstypen wählen oder verschiedene Handlungstypen realisieren? Denn das setzt ein Begriff von Irritierbarkeit voraus. Sie denken, ist doch kein Problem. Ich denke, es ist ein Riesenproblem. Zumindest hatte die mittelalterliche Theologie ein Riesenproblem damit, weil man folgendes Trilämmen hat. Entweder kann Gott nicht in der Zeit handeln, weil er ewig ist. Sein Verhältnis zur Zeit ist anders als unseres. Oder sein Handeln kann nicht in Teilhandlungen zerlegt werden, weil er einfach ist. Die Simplizikas dient, scheint das zu verbunden. Oder ein dritter Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe, Gottes Handeln kann vielleicht als solches gar nicht erkannt werden, denn wenn man es täte, gäbe es einen Zwang zum Glauben. Und da scheint Gott nicht zu wollen. Vor diesem Zilemma steht ein Interventionismus. Und ich meine, dass eine idealistische, non-interventionistische Position dieses Zilemma vermeiden kann, an der Ewigkeit, Einfachheit und auch in gewisser Weise an der Verborgenheit Gottes festhalten kann, indem es ein anderes Konzept des Handlungsgottes einführt. Ein Konzept, das man einen Wirken Gottes nennen könnte. Das mache ich in Punkt 5. Ich komme jetzt zu den drei Punkten, die meine großflächigen Anfragen betreffen. Erstens epistemologische und hermeneutische Anfragen. Das sind noch die schwächeren Argumente für den non-interventionismus. Woran bemerkt man Gottes Handeln? Das ist die Frage im Übersicht. Der erste Zeuge, den ich in den Zeugenstamm rufle, ist Olaf Bultmann. Auch wenn Sie seine Auffassung im Detail nicht teilen, hat er in hermeneutischer Hinsicht insofern recht, als man nüchtern sagen muss, dass das Weltbild der Bibel, ein altorientalisches Weltbild, wo ein Handeln, der Götter oder Gottes immer vorkommen kann, nicht mehr unser Weltbild ist. Es gibt hier eine hermeneutische Differenz, die bewirkt, dass diese Weltbilder nicht mehr ohne weiteres kompatibel sind. Es gibt theologische Auffassungen, die sagen, das ist nicht schlimm. An bestimmten Stellen überlappen die Weltbilder sich doch. Die Frage ist nur, ob in diesem Schnittmengen- und Überlappungsbereich ein Konzept des Handlungsgottes drin ist. Meine Frage wäre, auch wer die Urkmannsche Inkompatibilitätsthese ablehnt, gibt es Gründe dafür, eine radikale Inkompatibilität abzulehnen, wird sich allerdings fragen lassen müssen, wie man die biblische Rede vom Handeln Gottes, das in einem Weltbild sozusagen sektuiert war, das jederzeit mit einer Intervention Gottes rechnen konnte, in unser Weltbild hinein übersetzt. Was bleibt übrig? Welchen Begriff haben wir für die vielfältigen biblischen Begriffe des Handelnsgottes auf unserer Seite mit diesem doch sehr andersartigen Weltbild anzugehen? Das ist für mich Anlass, nach neuen Ausdrucken Ausschau zu halten und wie ich schon angezeigt habe, ein idealistisches Konzept des Wirkungsgottes scheint mir dafür eine gute Antwortstelle zu bieten. Was wichtiger ist, sind aber die Kriterienfragen. Was zeichnet Handeln Gottes gegenüber anderen Ereignissen in der Welt aus? Gibt es einen Überschuss ontologischer Art? Haben die eine epistemologische Signatur? Wenn nicht, mit welchem Recht bezeihe ich ein Ereignis als Handeln Gottes? An der Stelle eine kleine Seitenbemerkung aus Wittgensteins philosophischen Untersuchungen, der die Parabel von den Käfern in Schachteln bringt. Es sagt, stellen sich einen Kreis von Menschen vor, jeder dieser Menschen hat eine Streichholzschachtel in der Hand und behauptet, da drin ist ein Maikäfer. Solange niemand anfängt, die Schachteln zu öffnen, ist das alles bloß Behauptung. An der Stelle ist ein nicht existenter Maikäfer genauso gut wie ein existenter Maikäfer. Genau das betrifft mein Problem mit dem Handeln Gottes. Wenn ich nicht kriteriell sagen kann, was das Handeln Gottes gegenüber anderen Ereignissen in der Welt auszeichnet, ist das ein Fall von Käfern in Schachteln. Ich brauche eine Art epistemologisches Profil, das mir erlaubt, diese Ereignisse zu kennzeichnen. Was hat zu tun mit der zweiten Frage? Lassen Sie sich Handlungen an Gottes eindeutig identifizieren? Und wenn ja, welche Folgen hätte das für den Glaubensbegriff? Und machen Modelle des Handelns Gottes, was dieses menschliche Handeln zum Handeln Gottes macht? Welche Kriterien haben Sie, um das anzugehen? Wenn Sie keine hätten, wäre das wieder ein Fall von Käfern in Schachteln. Nun könnte man die Geschichte gleich relativ schnell lösen, indem man sagt, es gibt doch ein Kriterium Wunder. Immer dann, wenn Naturgesetze wirklich durchbrochen werden, das wäre Swinburne's These, handelt es sich um Ereignisse, die nicht mehr durch Naturkarsalität erklärt werden können. Das müssten dann Ereignisse sein, die auf eine andere, höhere Intention zurückgeführt werden können, sprich auf die Intention eines allmächtigen Agenten-Fraktörs. Also Durchbrechung der Naturgesetze als Kriterium. Die Frage ist aber in der gesamten Wunderdiskussion, die es gegeben hat im Rahmen der analytischen Religionsphilosophie, ob nur natürlich verursachte Ereignisse als Wunder gewertet werden dürfen. Oder ob es nicht anders geartete Wunder gibt. Der Streit ging um die Frage, ob nicht auch Koinzidenzen Wunder sein können. Dazu ein Testfall. Das wird auch in Aufsätzen so diskutiert, das habe ich nicht erfunden. Gott könnte in seiner Allmacht, nehmen wir an, diese Allmacht ist wirklich unbegrenzt, vielleicht maximal durch logische Gesetze begrenzt. Nehmen wir an, Gott könnte in seiner Allmacht einen Meteor dazu bewegen, einen Mond aus der Umlaufbahn, nicht lang aus der Umlaufbahn, eines unbewohnten Planeten in einem leblosen Sonnensystem zu schießen. Ich wüsste keinen Grund, warum Gott dies tun sollte, aber theoretisch könnte seine Allmacht das bewirken. Wäre dies ein Wunder? Es gibt eine These, in der Literatur sagt, das ist gerade kein Wunder, weil es für uns belanglos ist. Ein Wunder ohne Adressaten, dem etwas auf- oder einleuchtet, ist kein Wunder. Zweite Testfall. Auch in der Literatur diskutiert. Ein auf der Straße spielender kleiner Junge wird gerettet, weil ein Lkw-Fahrer, der auf ihn zusteuert, im letzten Augenblick das Lenkrad herumreißt. Nachdem er uns versehen, heißer Kaffee auf die Hose gegossen hat, weil er ungeschickt hat. Heißer Kaffee auf die Hose, Lenkrad umgerissen, der Junge ist gerettet. Die Frage, die in der Literatur diskutiert wird, ist, ist es ein Wunder oder purer Zufall? Kann Koinzidenz, also eine Koinzidenz von natürlichen, aber in ihrer Koinzidenz unwahrscheinlichen Faktoren, als Wunder gewertet werden, ja oder nein? Und es gibt Auffassungen, prominent eben auch in diesem Haus, Bela Reismar, noch mehr, aber Karl Rahner, die vermutlich zugestimmt hätten, diesen Fall auch als Wunder gelten zu lassen. Das hat im analytischen William P. Alston auf einen doppelten Begriff des Handelns Gottes gebracht. Und den finde ich bemerkenswert. William P. Alston ist Interventionist. Er sagt, es ist im Rahmen der Allmacht Gottes denkbar, dass Gott, der Schöpfe der Welt, der Herr über die Naturgesetze, diese auch brechen kann. Das heißt, es können außergewöhnliche Ereignisse eintreten, die keine natürlichen Ursachen haben. Aber das ist in seiner Auffassung nicht die einzige Version des Handelns Gottes, sondern es kann auch Ereignisse geben, die aus rein natürlichen Ursachen eintreten, die aber Gottes Willen und Absicht offenbaren. Und auch solche Ereignisse dürften, sagt Alston, als Handel Gottes gewertet werden. Wieso? Fragt sich der Erlebnisphilosoph. So sehr mein theologisches Herz hier zustimmt, frage ich mich wieso? Wie geht das zusammen? Wenn ich die Außergewöhnlichkeit der Ereignisse aufgebe, fallen mir vielleicht die epistemischen Kriterien hinten runter. Wenn ich Ostens zweiten Weg einschlage, dann habe ich Gottes Wirken viel öfter in unser Recht, wenn Sie so wollen. Und ich kann auch Modelle der Double Agency oder des Kommerziums menschlich-göttlicher Freiheit viel stärker vertreten als im Rahmen dieser Wunder- und Außergewöhnlichkeit. Bedenkenswert an dieser Debatte ist etwas, was jetzt schon die Zielperspektive meines fünften Punktes anleuchten und ausleuchten wird. Die Frage ist nämlich die, auf welcher Basis und Grundlage können innerweltliche Ereignisse Gott zugeschrieben werden. Es geht um Zuschreibbarkeits- Kriterien. Dass das nicht unmöglich ist, zeigt die von einigen nicht sehr geliebte, aber von mir immer wieder mal konsultierte Ontologie von Institutionen. Wenn ich als königlich bayerischer Beamter einen Seminarschein ausstelle, wird das auch dem Freistaat Bayern zugeschrieben, als hoheitlicher Akt. Also Handlungszuschreibungen, die über den Ausführenden hinausgehen, sind durchaus denkbar. Das ist ontologisch nichts Abstruses, sondern etwas, das durchaus öfter vorkommt. Könnte das ein Fall sein, den man auch in der Theologie benutzen kann? Meine Antwort ist, in der Christologie, so wie die Inkarnation derzeit auch in der Religionsphilosophie diskutiert wird, haben wir ein Modellfall vor uns, wo genau so etwas passiert. Also rivalisieren die Begriffe, die verschiedenen Theorien sind sich nicht einig, aber man könnte sich denken, dass man eine Zuschreibbarkeitsrelation etwa in einem Konzept der Appropriierung ausbuchstabiert. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus unserer Trinitätstheologie stammt, den man aber hier erweitern könnte. Oder eine Constitution View einführt, dass bestimmte Basishandlungen physikalischer Art eine neue Handlung konstituieren, die dann einem nichtweltlichen Akteur zugeschrieben werden. Oder vielleicht so etwas wie eine Teilhabebeziehung. Das sind begriffliche Angebote, die wir haben, die zeigen, dass so eine Zuschreibbarkeitssituation keine Mission Impossible sein muss. Jetzt komme ich aber zu meinen eigentlichen harten Fragen, die das Konzept des Interventionismus betreffen. sind Punkt drei und vier eigentlich metaphysische Fragen, den dritten Punkt hätte ich nennen müssen, metaphysische Fragen eins, die das Feld der Naturwissenschaft berühren und den vierten Punkt metaphysische Fragen zwei, die den Gottesbegriff berühren. Ich habe das gesplittert und habe das eine jetzt mal metaphysische Fragen im ehren Sinn, das andere theologische Fragen gehört. Die naive Frage dahinter, Anfrage an den Interventionismus ist die, kann ein nicht-physisches Wesen nun wirklich in den Lauf der Welt eingreifen. Edward Fails, ein bekennender Atheist und sehr überlegter und reflektierter Kritiker des Theismus, hat einige Kernbedenken vorgestellt. Er sagt, es sprengt nach seiner Auffassung den Rahmen des begrifflich Möglichen, sich vorzustellen, dass Gott von außen in den Lauf der Natur eingreifen kann. Zwei Dinge führt er auf, dieses Eingreifen würde dem Energieerhaltungssatz widersprechen und es würde dem Impulserhaltungssatz widersprechen. Vielleicht denken Sie, Gott ist über diese Art der Naturgesetze erhaben, aber diese Naturgesetze sind nicht irgendeine Variable, sie haben etwas mit der Ordnungsstruktur unseres Universums zu tun, sie sind buchstäblich elementar. Also Gott würde an elementarer Stelle ganz anders handeln, als er seine Schöpfung ausgestattet und vorgesehen hat. Das ist keine Kleinigkeit. Und damit muss man erst einmal umgehen. Man könnte natürlich sagen, naja, gut, Gott handelt halt unsichtbar, nicht physikalisch. Aber was ist ein unsichtbares, physikalisch nicht messbares, aber irgendwie doch wirksam als Handeln? Was soll dieser Begriff sein? Er widerspricht zumindest dem Begriff des Handels, den ich hier vorgestellt habe, nämlich ein Handeln muss immer irgendwo eine By-Relation, die auf Basishandlungen, die durch physikalische Ereignisse instanziert werden, verweisen. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Bestimmung des Handelns, damit die Kriterienfrage, verschärft und noch stärker. Man kann die Frage auch anders stellen, wie ist so ein Konzept des unsichtbaren Handels mit der Vorstellung der kausalen Beschlossenheit der physischen Welt vereinbar. Das ist im Grunde der Pfeil, den Fels abschießt. Und lässt es sich vielleicht irgendwie denken, dass Gott nicht von außen, sondern von innen her handelt? Das klingt jetzt extrem metaphorisch und ich lasse Sie noch ein paar Augenblicke im Dunkeln, aber ich werde diese Geschichte des von innen her handelnds in Punkt 5 nochmal kurz aufgreifen. Diesem Bedenken gegenüber steht jetzt ein Postulat und Sie merken, ich bewege mich dialektisch auf diesem Eierschalen vorwärts. Die Gegenseite ist Keith Ward, ein britischer Theologe und Religionsphilosoph, der einen Interventionismus vertritt. Und er sagt, es muss schlicht theologisch die Möglichkeit geben, dass Gott direkt interveniert und unterscheidet drei Versionen des Handelns Gottes. Die Erhaltung der Schöpfung, das was in der klassischen Theologie die Sustenatio oder Creatio Continua genannt wurde, dann ein anti-mechanistisches, vielleicht auch ein anti-modernes Konzept der physikalischen Gestalt der Schöpfung, könnte man sagen. Schöpfung ist nicht ein Apparat, der geschlossen ist, sondern ein offenes System. Es könnte doch sein, sagt Keith Ward, dass Gott dieses System als offenes System kreiert hat, sodass Interventionen erlaubt sind. und es gibt einen vielleicht auch dritten Weg, einen indirekteren Weg, die Inspiration geistbegabter Subjekte, das ist in etwa die These, die Olsten dann auch vertreten würde, dass Gott auf irgendeine Form seinem Willen kundtut und wir als geistbegabte Subjekte darauf einschwenken, uns inspirieren lassen und versuchen Gottes Willen in der Welt hinzusetzen. Der wichtigste Punkt ist der Punkt 2. Der Punkt 1 ist etwas, was ich schöpfungstherogisch für wenig strittig halte und auch ein Noninterventionist wie ich einer bin oder wie ich heute einer bin, würde an eins unbedingt festhalten und auch 3 scheint mir, wenn man idealistisch denkt, kein größeres Problem zu sein. Ich werde mich darum aber noch kümmern müssen. Der Punkt 2 ist der schwierige Punkt. Wie soll man es denken, dass das physische Universum ein offenes System ist und da gibt es jetzt auch tatsächlich begriffliche Angebote Quantenintervention und Belange sind. Special Divine Action, spezielles göttliches Eingreifen durch Benutzung quantenmechanischer Gegebenheiten und was die Theologen dazu betreten tun, sie benutzen quantenmechanische Begrifflichkeiten. Der erste, den ich hier anführe, ist Robert Russell, ein Theologe und Naturwissenschaftler aus Kalifornien, dem ich persönlich begegnen dürfte, der versucht Theologie und Wissenschaft zu versöhnen und eben auch einen stärkeren Begriff des Handelns Gottes zu konturieren. Seine erste These wäre, dass der epistemische Indeterminismus der Quantenphysik ontologisch zu deuten ist. Ist nichts anderes als zu sagen, auf der Quantenebene ist die Schöpfung ein vollkommen offenes System. Zweitens, auf der Ebene der unbelegten Natur Handelgott so, dass er auf Quantenebene indeterminierte Prozesse bestimmt und vereindeutigt. Es gibt einen Wahrscheinlichkeitsraum, es könnte so oder so ausgehen, Gottes unsichtbare Handel wirkt so, dass ein bestimmtes Resultat herauskommt, dass dann eine bestimmte makrophysikalische Wirkung hat. Und Gott trägt, meint Russell, auch auf diese Weise zur Mutation im Erdboot bei, sodass er den Lauf der Evolution eingreifen kann. Obwohl Robert Russell kein Verteidiger der Intelligent Design Theorie ist, möchte er doch, dass Gott im Spiel der Evolution zumindest auf diese Weise mit dabei ist. Die zweite Version stammt von Nancy Murphy. Sie ist noch weiter und ist vorallgemeinert. Sie würde sagen, Gott ist in jedem Quantenprozess involviert. Die Quantentheorie verweist auf die unsichtbaren Hände Gottes und jedes Quantenereignis kann nur dann bestimmt werden, wenn es von Gott bestimmt wird. Sie hat dafür ein wunderbares Bild. Sie sagt, jedes Quantenereignis oder jeder Quantenprozess ist eine Art Buridans Esel. Sie kennen die Geschichte von Buridans Esel, der vor zwei gleich guten leckeren Heuhaffen steht und sich da nicht entscheiden kann und leider verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann. Und sie meint, das gilt jetzt in Analogie auf Quantenebene. Die Ereignisse wissen nicht wohin, gleich gute Möglichkeiten tun sich auf und Gott legt, im Bild gesprochen, jetzt eine Art Karotte auf den Heuhaufen, sodass sie das Ereignis in eine bestimmte Richtung entscheiden. Nancy Murphy ist auch eine Theologin aus Kalifornien, die versucht, Naturwissenschaft und Theologie zu versöhnen und die meinten, den quantenmechanischen Prozessen einen Weg gefunden haben. Der dritte Weg ist der etwas sparsamere von Philip Clayton und George Ellis. Philip Clayton würde sagen, Quantenphänomene zeigen, wenn überhaupt nur die prinzipielle Offenheit der Natur und eines bestimmten Systems. Clayton meint, theologisch ist es eigentlich nur vertretbar, dass Gott ab und an in bestimmte Prozesse determiniert eingreift. Er wirft Nancy Murphy vor, dass er eine Art Allwirksamkeitsthese vertreten muss, wenn sie das ernst meint mit ihrer Quantentheorie und dass dann das Theodizidproblem praktisch gelöst wird. Und auch Robert Russell wirft vor, dass die Idee, dass Gott durch Quantensteuerung oder wie man das nennen sollte, in die Evolution eingreift, ein immenses Theodizidproblem auswirft in der Gestalt des natürlichen Übens. Jeder Evolutionstheoretiker heutzutage sagt uns, dass es schwer ist, die Evolution als gesteuert und gerichteten Prozess zu denken. Die Evolution hat etwas pathetisch gesagt, Ozeane von Blut und Leid und Schmerz produziert. Wenn Gott da wirklich auf quanten Ebene immer im Spiel war, bei der Mutation bestimmter Gene, dann müsste man in diese ganze seltsame Geschichte, die wie ein aus den Fugen geratenes Experiment ausschaut, auch anrechnen. Alice vertretene Spezialthese insofern aber sagt, dass Gott nur ganz bestimmte Quantenprozesse eingreift, und zwar in die eben menschliche, die hier ablaufen, um auf diese Art und Weise uns zu inspirieren oder mit seinen Intentionen bekannt zu machen. Ein witzartiger Gedanke, ein Aha-Erlebnis, eine Disclosure-Erfahrung, eine winzige Abweichung kann dazu geführt haben, Gott mag seine Hand im Spiel aufbauen. Jetzt kommt der Einwand gegen diese Quantengeschichte, die wird von vielen gerne aufgegriffen, auch Klaus von Storch hat jetzt eine Habilitation, diese Geschichte zumindest wohlwollend aufgegriffen, als mögliche Hypothese, aber von Nikolaus Sanders kommt die ganz nüchterne Frage, ja, mag sein, dass Gott das nutzt, aber wie macht er das denn, Quantenphänomene, Quantene Ereignisse zu bestimmen, wie soll das gehen? Erste allgemeine Bemerkung von Sanders, die sagt, dass der Quanteninterventionismus von Russell, Murphy, Alice und anderen, überhaupt an eine bestimmte Interpretation der Quantentheorie gebunden ist, und zwar an eine, die die epistemische Indeterminiertheit ontologisch deutet, das muss man nicht. Damit wir schon ein erstes Problem genannt. Sollte es Gründe geben, und die müssten angeführt werden, einer bestimmten Interpretation der Quantentheorie zu folgen, so bleibt die Frage immer noch offen, wie Gott indeterminierte Quantenereignisse nun determiniert. Wie soll er etwas bringen, was zur intrinsischen Struktur dieser Ereignisse gehört, nämlich indeterminiert zu sein? In einer bestimmten Auffassung, sagt Sanders, der Quantenmechanik erfolgt die Bestimmung durch Messung. Heißt das, Gott greift, Bestimmen ein, indem er Messungen vollführt. Und dadurch werden die Ereignisse dann bestimmt. Diese Geschichten werden immer seltsamer, also besonders, und ich schließe mich ja an, mag recht haben, wenn er sagt, man verschiebt mit diesen Quantenbegriffen das Problem das Problem auf eine andere Ebene. Das Problem ist das Problem von Thales. Wie kann ein nicht-physisches Wesen auf eine physikalische Wirklichkeit Einfluss nehmen? Und an der Stelle meldet sich der Einwand, wie soll das gehen? Der letzte Punkt, vielleicht ist dem einen oder dem anderen das auch schon aufgefallen, die ganze Regel von Quantenereignissen und Quantenzuständen ist Problemen Epivokationsgefahr ausgesetzt. Kann man von dem, was da passiert, überhaupt noch von Ereignissen sprechen? Kann man hier sinnvollerweise von Zuständen sprechen? Oder sind Ereignissen und Zustände nicht das, was herauskommt, wenn ich messe, wenn ich post Festung auf das zurückschaue, was passiert ist? Der zweite Einwand gegen diesen Quanteninterventionismus ist das Theodizietroblieb. Das habe ich schon erwähnt. In der von Murphy und Russell vorgelegten Fassung müsste Gott praktisch in jeden Quantenzustand, in jedes Quantenphänomen eingreifen. Das mit den Burianischen Esen habe ich schon erwähnt. Meine These war und ist auch jetzt, dass die Quantenanalogie bei Russell und Murphy unter der Hand die These der Allwirksamkeit Gottes vertritt und damit die Theodizietroblieb nur noch verschärft. Dann ist Gott überall dabei, aber auch überall dort, wo natürliches Übel verhindert hätte. Verhindert werden können. Ich möchte Ihnen ein alternatives Bild präsentieren. Ein Bild, über das ich zwischen schon länger nachdenke, weil es diese Art von theologischer Position in Andeutungen bei Leibniz und in Andeutungen bei den zur Tübinger Schule gehörten Theologen 3 gegeben hat. Beide würden sagen, dass Wunder nicht direkt das Eingreifen Gottes signalisieren, sondern für die Kreativität der Schöpfung stehen. Leibniz greift die Idee der Wunder der Engel aus. Und 3 spricht in dem Zusammenhang eben auch von den kreativen Potentialen der Schöpfung. Und vielleicht könnte man den Quanten Indeterminismus theologisch vorsichtig als genau das deuten, nämlich Spielräume der Schöpfung, die eine innere intrinsische Kreativität der Schöpfung zeigen, die Gott sozusagen diese Schöpfung eingepflanzt hat. Das wäre ja auch etwas anderes als eine Andockstelle für eine partikuläre, direkte Intervention des göttlichen Akteurs. Zweitens, auch in diesem Hause weiß ich, wurde halt Rüttluck, dass mit prozesstheorgischen und parmpsychistischen Modellen auch geflirtet wird, und ich tue das selber, auch da könnte man diese Quanten Indeterminiertheit anders deuten, und diese Geschichte von der Kreativität der Schöpfung in der Mauer, wie man sagt, dass Geist mit all seinen Potentialitäten auch auf dieser Mikroebene schon da ist. Der Witz ist nur, dieser Geist ist geschaffener Geist, geschöpflicher Geist, und ist nicht die unsichtbare Hand eines wettlichen Akteurs. Diese alternative Deutung hat einiges für sich, jetzt müsste man auf der Interpretationsebene eigentlich streiten, welche Deutung mehr Kansibilität haben kann. Ich komme jetzt zu meinem vierten Punkt, zu den zweiten metaphysischen Einwänden, die mit theologischen Fragen zu tun haben, und hier werden Ihnen in den Namen vielleicht alte Bekannte gegeben. Mein erster Gewehrsmann ist Bela Weismar selber, er hat in seiner philosophischen Gotteslehre und hier in seinen Vorlesungen immer wieder die Zweitursachen Konzeption von Thomas von Agri adaptiert. Man muss aber fairerweise hinzusagen, Thomas selbst kennt aus Gründen einer sehr weiten Ausführung der Einwanderung Gottes ein Konzept des direkten Eingreifens und man würde Thomas verkürzen, wenn man sagen würde, dass Thomas nur ein Zweitursachen Konzept kennt. Er kennt auch ein Zweitursachen Konzept und genau darauf hat sich Bela Weismar gestört. Die Idee dahinter lässt sich etwa folgendermaßen überschreiben Gott als Erstursache kann seinen Status als Erstursache nicht aufgeben und deshalb nicht direkt in den Lauf der Welt eingreifen. Er würde damit seinen Status als Erstursache aufkündigen. Was er tun kann, ist in der Weise der Vermittlung also über Zweitursachen wirken. Aber es könnte sein, wenn diese Zweitursachen Personen sind, dass diese Zweitursachen einen freien Willen besitzen und damit eben nicht rein instrumentell genutzt werden können. Das heißt für sich auch Gott kann nicht ohne weiteres damit dass sein Wille genauso wie er es haben möchte exekutiert wird, weil er sich verlassen muss auf das was die Zweitursachen anstellen. Zu dieser Geschichte gibt es eine Rückfrage die Armin Kreiner in seiner Gotteslehre formuliert hat. Er hat durchaus berechtigterweise diese Zweitursachen Konzept ein begriffliches Problem aufgenommen. Er sagt das genaue Verhältnis von Erst- und Zweitursachen bleibt eigentlich unterbestimmt. Sie haben vielleicht schon gemerkt bei meinen Ausführungen zu dieser Geschichte mit den Zweitursachen mit freiem Willen dass ich so tue als wäre zwischen Erst- und Zweitursache eine lockere Relation. Vielleicht ist da gar keine lockere Beziehung sondern die Beziehung ist enger und wenn ja wie sieht sie denn eigentlich aus. Zweiter Punkt es ist dann eben auch nicht geklärt wenn zu Verhältnissen geklärt ist wie Gott nun genau einen bestimmten Effekt hervorbringen kann. Und drittens es ist zu fragen ob dieses Konzept ausreicht um eine nicht interventionistische Theorie zu stützen und mit den theologischen Anforderungen an einem Begriff des Handels Gottes überhaupt zu versuchen. Man könnte sogar einen Schritt weiter gehen und sagen wenn ich die Beziehung von Erst- und Zweitursache nur weit genug fasse dann wird sie trivial ich als kathesianisches Subjekt handle über meinen Körper sozusagen auch über eine zweite Sache ist das ein Analogon für das Handlungs Gottes ja oder nein und wenn ja scheint zumindest dieses Analogon eine direkte Intervention Gottes in den Ereignisverlauf der Welt nicht zu verbieten. Es gibt daher und das klingt bei Weismar bereits an wurde dann von Josef Schmidt in seiner Gottesserie eben auch aufgegriffen eine Denkfigur die ich selber bei Schleiermacher nicht zum ersten Mal aber meinen rücksichtigen Grund gelebt gefunden habe. Der Gedanke ist der folgende und es unterscheidet sich jetzt von dieser ersten und zweiten Ursachen Konzeption eben durch eine andere Begrifflichkeit und eine andere Denkfigur dass Gott als absolute Ursache nicht Glied in einer Kette nicht absoluter Ursachen werden kann. Die Kette würde sonst zerstört oder man könnte anders sagen sobald Gott eingreift schafft er eine ganze Welt neu Das kann nicht seine Absicht sein wenn er direkt eingreifen wollte immer eine Kette innerwärtliche Ursachen zu unterbrechen und neue Schöpflere ständig zu werden. Eine ähnliche Denkfigur findet sich bei dem Fundamentaltheologen aus Frankfurt und dem Jesuiten Peter Knauer Der hat in seinen Geschöpflichkeits Argumenten einen ähnlichen Weg eingeschlagen Wenn ich das recht im Kopf habe die Denkfigur ist beim Präsent Er sagt das etwas anders und ruft damit andere Begrifflichkeiten auf Er sagt Gott müsste wenn er direkt in den Erlauf der Welt eingreifen soll ein Teil von Welt werden um genau das schaffen zu können Knauer hält mit der klassischen scholastischen Tradition daran fest dass Gott keine reale Relation zur Welt haben kann Das ist ein außerordentlich schwieriger Begriff der am Ende nur meint dass das Verhältnis zwischen Gott und Welt total asymmetisch ist Die Welt hängt vollkommen von Gott ab Gott hängt in keinster Weise von mir ab Das ist in der scholastischen Theologie so weit man sagen kann damit gemeint und das ruft Knauer dann auch auf Und genau das sei der Grund sagt Knauer warum man ein direktes Eingrauf Greifen Gottes in den Ereignis Verlauf der Welt eigentlich nicht denken kann Auch dazu kann man Rückfragen formulieren Ob diese Geschichte mit dem absoluten Grund nicht de facto eine Beschränkung der Anmacht Gottes bedeutet Also enorme theologische Folge wird genannt Ob man sich damit nicht ein striktes und negatives Moment im Begriff der Transzerenz Gottes erkauft Und wie denn nun die Unwirksamkeit Gottes in der Welt oder was auch immer an die Stellen zu setzen ist mit der Beziehung Gottes zur Welt in Einklang gebracht werden kann Steht Gott in einer Art Gleich Ursprünglichkeit zu einer Ereignissen in der Welt oder das ist ein Gedanke der bei Schneiermacher zu finden ist und bei Imahal Jüngel wieder kommt steht Gott immer in einer Relation zur Welt als Ganzer das scheint mit diesem Moment des absoluten Grundes gemeint zu sein aber was heißt das dann für Schneiermacher würde es heißen wenn Gott immer nur zur Welt als ganzer Beziehung steht dann kann er die Welt aus dem Nicht schaffen er handelt immer maximal im maximalen Ausschlag und kann daher nicht partikulär in den Lauf der Welt ein Ein nächster Zeuge der Karl Rahner Ich habe ihm etwas in den Mund gelegt was er vielleicht so nicht formulieren würde was man aber vielleicht kürzer ausdrücken kann In seinen Überlegungen zur Christologie in einer evolutionären Welt anschauen und in anderen Überlegungen zur Transzendenz Selbsttranszendenz von Materie auf Geist hin findet sich eine Denkfigur die man so verstehen kann Gott handelt nicht als Causa Effizienz sondern immer als Formursache von Welt Er ist die die Formursache kann aber eigentlich nicht gleichzeitig als Causa Effizienz auftreten deshalb ist es schwer zu denken dass Gott unmittelbar und direkt in den Lauf der Welt eingreift Auch da kann man Rückfragen formulieren Wenn man die Geschichte mit der Formursache ernst nimmt dann hat man damit positiv gesprochen eine Theorie des allgemeinen göttlichen Handelns General Divine Action Theory genannt und der gegenwärtigen Religionsphilosophie die spezielle Aktivitäten Gottes ausschließen kann oder auch nicht Und wenn man Karl Rahner an der Stelle befragt bleibt das Resultat unklar Es gibt bei ihm Andeutungen wo dann doch wieder mit speziellen göttlichen Aktivitäten zu rechnen scheint Er ist keiner der nur eine non-interventionistische Theorie in der Kultur vertreten hat Ist das eine Inkonsistenz versucht er zwei Vorgaben gerecht zu werden wie Keith Ward in den Postulaten die ich erwähnt habe oder würde man wenn man ihn fragen würde festmachen können auf diese non-interventionistische form undsächliche Konzeption des Handelsgottes Der zweite Punkt das ist der Punkt der immer stärker hervorgekehrt wird bei Armin Greiner aber auch bei Graf von Stosch Wer diese von mir kurz gestreiften Theorien vertritt Gottes erste Ursache die nur über zwei Ursachen wirken kann Gott als absoluter Grund Gott als Volk kommen unabhängiger Grund Gott als Form Ursache der Welt kündigt der oder die nicht auch einen personalen Gottesbegriff auf und entfernt sich der nicht meilenweit von der Bibel sodass man mit ich glaube Werner von Clairow war es sagen müsste lieber ein Esel im Himmel der nicht versteht wie Gott handelt als ein geschulter Philosoph in der Hölle ich komme zum Abschluss dieses Punktes noch auf zwei neuere Theorien zu sprechen die non interventionistisch sind weil sie von einer general divine action einem allgemeinen Antigottes ausgehen aber eine spezielle Intervention nicht erinnern können der erste der dafür auch heftig angegriffen wurde ist der Theologe und sobald ich weiß Patrologe Maurice Wiles er meint er könne nur von einer allgemeinen Wirksamkeit Gottes ausgehen und zwar sei das die Schöpfung die Schaffung der Welt und ihre Erhaltung auch in Hinsicht auf einen Plan der die Welt in the long run auf ein eskatalogisches Ziel hinführt warum kann er sich spezielles wirkliches Intervenieren nicht denken einerseits sagt er bringe ich das nicht überein mit den naturwissenschaftlichen Befunden zu Ereignisverläufen und zum anderen wird das Theoriziproblem an der Stelle so groß dass es absolut unlösbar wird wenn Gott das wirklich könnte ist er dafür haftbar zu machen dass er den Holocaust nicht verliegen hat Gordon Kaufman geht in eine ähnliche Richtung aber er versucht eine Art Vermittlungsvorschlag zu formulieren er sagt Gott handelt maßgeblich durch einen Master Act nämlich eine auf Vollendung zulaufende Schöpfung aber dieser Master Act kann realisiert werden durch sogenannte Sub Acts also Unterakte die von nichtgöttlichen Akteuren hervorgebracht sein können an der Stelle meldet sich das was ich schon bei Olsten erwähnt habe diese Geschichte hängt so lange in der Luft als man für den zweiten Punkt nicht auch Zuschreibbarkeits Kriterien und Zuschreibungsbedingungen aufrufen kann was an meinen Handlungen macht es aus dass sie am Ende des Tages doch Gott zugeschrieben werden können die Geschichte mit den mit der Ontologie der Institutionen lässt zumindest vermuten dass es für die Frage eine Lösung gibt aber ich habe noch keine Angeguckt vielleicht ist das das wichtigste Argument auf den Platz im Moment dass man sagen kann ein Interventionist hat das Theodiziproblem zu bewältigen wenn Gott wirklich in den Lauf von Ereignissen eingreifen kann wieso greift Gott angesichts der Atrozitäten der Welt nicht tatsächlich ein wenn der Interventionist sich hier auf eine Reduktion im Mysterium zurückzieht fliegt ihm sozusagen ein Gegeneinwand aus religionskritischen und atheistischen Reihen in die Ohren der lautet mag sein aber dann ist Gott ganz anders als wir er ist auf jeden Fall kein rationaler Akteur weil er allem Anschein nach nicht nach rationalen Mustern handelt ich habe das mal etwas pointiert in der Vorlesung so gesagt um meine Studierenden zu provozieren wieso kümmert sich Gott vor 2000 Jahren um dieses kleine Dorf in Nazareth und vollführt er alles mögliche und 2000 Jahre später lässt er ganze Generationen von Menschen ruchstäblich in der Luft haben das ist für mich nicht rational nachvollziehbar aber vielleicht liegt es nicht an Gott sondern tatsächlich an unserem Konzept des Handelns mit Intentionen mit Rationalitäts Kriterien und es wäre vielleicht an der Zeit beim Stichwort Handeln Gottes den Ausdruck des Handelns durch und aus zu streichen und das wird mein letzter Punkt sein eine Spur das zu tun habe ich auch bei Leuten wie Armin Kreiner oder Klass und Storch gefunden die eine Fürwill-Theodizie vertreten und die sagen Gott handelt nicht weil er die menschliche Freiheit so schätzt da gibt es ein metaphysisches Hintergrundrauschen das man auf die etwas provokative Formel bringen kann Kodlizet Bovi Non Lizet Jovi genannt in der umkehrenden Sprichwort das war in der scholastischen Theologie bekannt moralische Gründe sind für Gott oder im Falle Gottes genauso gut wie metaphysische Gründe wenn Gott sich moralisch bildet ist er metaphysisch gebunden das bringt die neue Theologie auf das Stichwort das metaphysische Notwendigkeit und moralische Notwendigkeit wie sie so wollen in Gott zusammenfallen oder dass überhaupt in Gott Freiheit und Notwendigkeit zusammenfallen das Lizet und Dekuit bildet genauso wie uns das Notwendigsein bilden würde heißt also auch der für will Theoretiker gibt am Ende des Tages die Abmacht Gottes auf er bindet Gott aus moralischen Gründen wenn man aber diese scholastische Einsicht ernst nimmt dann sind moralische Gründe immer auch metaphysische Gründe was ich gehe ist jetzt diese metaphysische Geschichte noch ein bisschen weiter auszuziehen deshalb mein letzter Punkt geben Sie mir noch fünf bis zehn Minuten und dann bin ich mit dem Vortrag auch durch ich stelle Ihnen jetzt Modelle des Wirkens Gottes vor ich biete Ihnen ein anderes Bild wenn Sie so wollen nicht mehr Handeln Gottes sondern einen anderen Begriff ich steuere auf den Begriff des Wirkens und der Präsenz noch etwas zu nenne das dann auch etwas offen über Spuren Bilder Gottes und das Gewissen man könnte grundsätzlich fragen ob es wirklich der Begriff des Handelsgottes sein muss den wir brauchen um die Idee eines Personalengottes zu retten lässt sich nicht ein offener Begriff des Wirkens formulieren der Zuschreibbarkeit denkbar macht aber eine direkte Intervention nicht für notwendig von Helm Eternalist Atemporalist auch ein Religionsphilosoph hat das in seiner Thermostatparade einmal angedeutet das ist vielleicht fürchterlich trivial aber an dieser Parade kann man sich so deutlich stellen Sie sich vor Sie haben für Gäste Ihre Wohnung präpariert Sie fahren für ein paar Monate weg und Sie wissen dass Ihre Gäste erst in etwa einen Monat nach Ihrer Reise Ihre Wohnung betreten werden Sie wollen dass es Ihre Gäste gut und warm haben der Deutsche Hilde ist gefürchtet deshalb stellen Sie trotz Ihrer Abwesenheit die Heizung so ein durch den Computer automatisiert dass ein Tag für Eintreffen der Gäste die Heizung hochfährt und eine angenehme Raumtemperatur herrscht man kann sagen an diesem Beispiel sagt Paul Hellen dass die Person A für die Raumtemperatur und der Langrang verantwortlich ist es hat im weiteren Sinne das Auftreten eines bestimmten Ereignisses bewirkt zum besagten Zeitpunkt hat diese Person aber eben nicht in den Ereignisverlauf eingegriffen sondern mit Weisemol gesprochen über Zweitursachen etwas am Resultat bewirkt eine zweite Möglichkeit Gottes Wirken zu denken ist die Prozesstheologische Alternative Prozesstheologen zumindest der zweiten und dritten Generation haben das theistische Konzept der Allmacht Gottes kritisiert das hat auch schon Charles Marx und sie sagen vielleicht müssen wir uns Gott weniger als einen Ingenieurswort denken der dann in eine in der Regel gut geschmierte Maschinerie eingreifen muss wann immer sich etwas verharrt vielleicht ist diese Maschinerie Analogie schon das völlig falsche Bild das uns da im Kopf herunschwirkt vielleicht müssen wir das was in der Schöpfung passiert wie das Schreiben eines sehr komplexen Romans betrachten der von verschiedenen Autoren gleichzeitig geschrieben wird nämlich von uns unter natürlichen Ereignissen die Gott nicht direkt beeinflusst aber die er gewissermaßen inspiriert indem er sie lockt der Terminus Lockung Inspiration ist im Prozesstheologischen Entwürfen dieser Generation relativ metaphorisch aber vielleicht kann man sich ungefähr vorstellen wo das hinläuft Gott zwingt nicht er lockt man kann sich dann dieses Locken auch als Präsenz im Sinne der Präsenz der Formursache in der Welt vorstellen auch wenn Gott in diesem Konzept nicht direkt eingreift so kann man immerhin im weiteren Sinn von einem Wirfengottes im Sinne einer Inspiration der Schöpfung denken ein Beispiel aus Musik lässt es plausibel erscheinen wir können von einem Musikstück verzaubert werden wir können dadurch zum Handeln angeleitet werden die Wirkung des Musikstücks ist nicht auf die physikalische Verbindung zwischen den Tönen mir allein beschränkt Die Wirkung kann man vielleicht eher in Termen der Formursächlichkeit als in Termen der Caus et Vizies beschreiben hätte dann ein anderes Analogon für das Wirken Gottes gefunden Ein drittes Modell ist bei Charles Tellefer angedeutet der hier ein bisschen weiter treibt Er sagt es gibt eine alte Tradition die kam ein bisschen unter die Räder war dann gerade mit dem neuzentrlichen Naturwissenschaft Begriff vielleicht auch nicht mehr an Borg die den Kosmos als Leib Gottes beschreibt Ein unglaublicher Vorteil dieses Bildes ist dass damit alle kosmischen Ereignisse zur Basis handeln werden die Gott voll bringt wie alle oder bestimmte Ereignisse die mit meinem Körper vollführt werden Basis haben wie man sein können Der Nachteil dieses Bildes das bestehe ich offen zu ist dass es möglicherweise auf ein Konzept der Allwirksamkeit Gottes hinsteuert und dann für die Theodizee Frage untauglich wird ein Alles oder Nichts Problem scheint sich dahinter zu verbergen entweder sind alle kosmischen Ereignisse Ereignisse die zum Leib Gottes gehören und damit Basishandlungen oder nur bestimmte wenn es nur bestimmte sein sollen welche Ereignisse wären das die wir diese Bild dann als Handlungen auszeichnen dürfen Ein letztes Bild das ich nur noch mündlich vortragen will ist das von Fichte und mit diesem Bild wäre ich im Grunde auch am meisten einverstanden Fichte würde ich sagen Gott handelt im Unbedingten in der Welt Fichte hat sich an der Stelle selbst entwickelt es gibt in seiner Schrift über die göttliche Welt Regierung Hinweise dass er denkt es geschieht im Gewissen in den späteren Schriften wo er einen Bildbegriff adaptiert finden wir Hinweise darauf dass es alle Gestalten oder Bilder des Unbedingten sind in seiner Anweisung zum seligen Leben etwa finden wir Hinweise darauf dass es die Gestalt unbedingt der Liebe sei und das wäre die Spur die ich Ihnen anbieten möchte Fichtes Idee wurde vom Freiburger Fundamentaltheologen Hans-Jürgen Verweiern aufgegriffen den ich tatsächlich auch in die Reihe Theologischer Non-Interventionisten hineinstellen würde und er würde mit Fichte sagen immer dort wo das Unbedingte in der Welt sichtbar wird wird die Logik der Welt aufgebrochen es wird das Absolute in einer Art Disclosure Erfahrung sichtbar und das ist die Weise die vermittelt der absolute in der Welt gegenwärtig sein kann dieses Bild setzt voraus dass die Welt ein offenes System ist das heißt es muss solche Fenster zum Ewigen geben in diesem Kosmos und Fichte war vielleicht auf der richtigen Spur wenn er sagte das Unbedingte Liebe vielleicht auch die Unbedingte Freiheit oder die Unbedingte Vergebung all das sind solche Fenster zum Absoluten und das ist die vielleicht einzig angemessene Art und Weise sich das Wirken Gottes in der Welt vorzustellen dazu dazu brauche ich keinen Quanten Interventionismus mehr sondern letztendlich eine in idealistischen Begriffen ausbuchstabierte Gottwelt Relation dafür das habe ich mit Fichte versucht anzudeuten gibt es Vorbilder die das konsistent haben danke für die Aufmerksamkeit und Feuer frei Merci les so